Stabilität, Performance und eine Vielzahl kreativer Tools. Dafür wird EDIUS seit rund zwei Jahrzehnten geschätzt. Von Filmemachern bis hin zu Sendeanstalten. Arbeite unterbrechungsfrei und ohne Zwangspausen, dank eines intelligenten Hintergrund-Renderings. Mit dem Motion Tracker heftest du ganz einfach Grafiken oder sogar Videoclips an das getrackte Objekt oder lässt automatisch einen Bildbereich verfolgen. Importiere nahezu alle Datei- und Videoformate bis einschließlich 12K und nutze den ultraschnellen H2 64 und H2 65 Export für einen dynamisch kreativen Workflow. Nutze das leistungsstarke Paket zur Audiobearbeitung, Titelerstellung und Videogestaltung, alles inklusive. Mit dabei ARCON Digital mit umfangreichen Audiofiltern, NewBlue Titler 7 und ProDart Vitasin V4 in der EDIUS Edition mit zahlreichen Filtern und Übergängen. Der Verkaufspreis dieser Zusatzmodule beträgt allein rund 600 Euro. Bei EDIUS 10 bekommst du sie kostenfrei on top dazu. Deutschlands führende Fachzeitschrift Videoaktiv bewertet EDIUS 10 mit dem Testurteil sehr gut und der höchsten je für eine Schnittsoftware vergebenen Punktzahl. Damit gilt EDIUS 10 als die beste Schnittsoftware auf dem Markt. Finde selbst heraus, wie sehr deine Arbeit und Kreativität von EDIUS 10 profitieren kann. Mehr Informationen zu EDIUS 10, Download der Testversion, kostenlosen Tutorials und Podcasts und den Kontakt zu autorisierten EDIUS-Händlern in deiner Nähe findest du unter edius.de. Verkaufspreis Jetzt komm's! Untertitelung des ZDF, 2020